so freunde ich hoffe wir sind zu hören heute haben wir einen ganz besonderen gast den sich viele gewünscht haben nicht mehr applaus finde hier dann geht es auch weiter da ist schotty schottenmacher herzlich willkommen schön dass du da bist ich mache meinen eigenen applaus wo wieder hier zu sein ich war eine woche jetzt social media student ich bin froh wieder hier zu sein dann kommen wir jetzt zu wünschen da ist am donnerstag vormittag nördlich der münchner altstadt genauer in max vorstadt typen gewehr aufgetaucht mit einem fucking bayonet drauf das erste was ich mitbekommen habe war auf twitter und weil ich auf arbeit war hatte ich nur eine minute zeit oder so ich hatte da irgendwie aufgeschnappt dass ein blonder bub mit einer waffe von 1900 rum um sich geschossen haben soll und ich sagte mir dass sich das wild anzuhört hat aber keine zeit wegen der arbeit hat dann vergehen paar stunden ich gucke noch mal kurz bei twitter vorbei und sehe diesen clip dieses video ich hatte mir das extra notiert war der zweite tweet in diesem zusammenhang nicht gesehen hatte ich konnte das bildmaterial nicht zuordnen hielt die meldung von vor ein paar stunden immer noch für irgendein joke und als ich die zeit hatte mich wirklich mit dem thema zu beschäftigen da war es dann bereits 16 uhr und die ganze geschichte war bereits aufgelöst aber die ersten eindrücke die waren verrückt da passte irgendwie gar nichts zusammen ja was aber halt herausgefunden habe um 16 uhr in etwa war dass es eben kein blonder bub war er das preußische her wieder aufleben lassen wollte sondern der 18 jährige emra ibrahimovic mit österreichischer staatsbürgerschaft natürlich manche munkeln der dümmste terrorist aller zeiten aber ich fange noch mal nicht von vorne aber ich roll das ganze mal so ein bisschen auf der typ hat sich für was schätzt du was so ein baller mann mit bayonet kostet ja gute frage also ich weiß nicht das ist wahrscheinlich so ein historisches gewehr ist so teuer wahrscheinlich gar nicht nach erhaltungszustand so 800 ich hatte hätte auch so was sagt vielleicht wenn man damit kann ich jemanden töten also 2000 3000 keine ahnung laut las winkelsdorf waffenexperte bei dem die bild nachgefragt hat kriegt man so teil für 200 bis 300 packen alter ja klar ich nehme einfach an dass es noch eine menge menge waffen aus den weltkriegen ja laut dem artikel wohl millionen deswegen und die sind meistens ja auch jetzt nicht in wunderbaren zustand im sinne von die schießen zwar noch aber die anderen paar rostflecken hier und da wer will das ding also dafür dass dafür dass es noch millionen gibt haben sie keinen sammler wert und dafür dass die halt so ein bisschen angerostet sind haben die auch keinen großen nützenwert würde ich mal sagen ja stellen wir uns jetzt mal kurz beide vor du wärst bengt rüstemeyer jemals spd heute die linke kennst du den noch das ist der der damals auf twitter verkündet hat dass er gerne vermieterschweine erschuten möchte ah klingelt da was ja ja jetzt gehen wir davon aus du bist bengt rüstemeyer und du würdest gerne vermieterschweine erschuten und besorgst du deshalb ein gewehr würdest du da darauf achten wie viele schüsse das gewehr pro minute abfeuern kann kommt stark darauf an was ich damit plane vermieterschweine erschuten ist so vermieterschweine ja also wenn ich auf eine konferenz von vermietern gehen würde dann würde ich auf die kadenz achten ansonsten wäre es mir glaube ich eher egal ich kriegte da nicht mehr als zwei vermieterschweine was was schätzt du denn welche kadenz dieses gewehr mauser modell 98 hat also 98 ist dann wahrscheinlich zu 98 ja das ist ein repetiergewehr das hat fünf fluss pro minute vielleicht ja ist ein repetiergewehr dafür willst du fünf patronen rein lädst ja zielst schießt setzt ab jetzt wieder legst an zielst und schießt der schütze kann wahrscheinlich in einer minute dass man ganz jeder leer machen und auch treffen ich habe ein paar videos angeguckt leute die so eine waffe scheinbar nicht zum ersten mal bedienen keinerlei stress ausgesetzt sind und so die brauchen im schnitt so etwa acht bis zehn sekunden um einen schuss abzugeben hier mal ein video jetzt hat im rahe im rahimowitsch scheinbar am mittwoch eine waffe gekauft mit der bestenfalls alle zehn sekunden einen schuss abgeben kann fährt dann damit von österreich nach münchen und denkt dann da einen terroranschlag zu begehen geschossen hat er dann auf polizisten hier vor ort vorgefunden hat worauf von fünf polizisten das feuer erwidern und den typen natürlich durch sieben geschichte vorbei ich konnte nicht ein artikel finden in welchem stand dass da ein polizist wenigstens verletzt wurde verstehe mich falsch gott sei dank aber nicht mal das alter was was ist denn das für ein plan kannst du mich da irgendwie einführen ich möchte pass auf ich mache ich mache dir folgendes ich mach dir folgendes du sagst du welcher der dümmere terrorist ist ja ich erinnere mal kurz an einen der terroristen vom 13 november 2015 in paris da gab es einen der in emra möglicherweise übertrifft der wollte nämlich 15 minuten nach spielbeginn ins stadion wurde natürlich abgewiesen weil er kein scheiß ticket hatte und springt sich dann daraufhin einige meter vom lang entfernt in die luft und verletzt niemanden ist generell wenn ich viele menschen umbringen wollen würde dann wäre es wahrscheinlich sowieso kein guter plan mit polizisten anzufangen die zurückschießen gut das war ns dokumentationszentrum schrägstrich ich will nicht falsch sagen ist ja 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 genau genau also er dachte möglicherweise dass das dass er da ultra orthodoxe juden in großen gruppen vorfindet und dann hat alle sekunden einen schuss abgibt der dann einen kopftreffer soll also es ist halt irre es ist es ist komplett irre also ich will diese leute ja partout nicht in schutz nehmen aber du hast halt häufig wahrscheinlich insbesondere bei islamistischen tätern so eine komponente von authentischer idiotie mit da drinnen ja vielleicht war auch nur echt sauer weil am flughafen festgehalten wurde und konnte danach bis ist nicht mehr leiden keine ahnung warum ist er überhaupt nach münchen gefahren also findet er keine orthodoxen juden in wien oder so ist auch komisch also mit der mit der waffe schon eine ländergrenze zu überqueren ohne ersichtlichen grund weil eine großstadt findet ja auch in österreich alles seltsam ja ja das ist auch guter punkt meine wir wissen das bisher nicht ich nehme auch an wir werden dazu nicht mehr großartiges erfahren einfach weil der fall ist jetzt einfach mal low profile es gab keinen toten es gab kein verletzten außer ihnen selbst natürlich ich glaube das mediale interesse wird sich da in grenzen halten ich will das offensichtliche trotzdem mal ansprechen emra ibrahimovic muss ich schon die nächste quelle aufmachen weiß ich gar nicht genau hat natürlich aus islamische überzeugung gehandelt und übrigens hat er die waffe gar nicht besitzen dürfen clowns nase ich lese mal kurz vor nach bildinformation meldete sich noch am donnerstag ein mann bei der polizei der angab mra i damals hat die bild den namen noch nicht veröffentlicht am mittwoch also nur einen tag vor dem versuchten terroranschlag das gewehr verkauft zu haben er habe das repetiergewehr aus der weltkriegszeit das bei salzburg den besitzer gewechselt haben soll auf den augenzeugen videos wieder erkannt heißt es ob ein kaufvertrag abgeschlossen wurde ist bislang nicht klar es soll sich um eine kategorie c waffe handeln die man in österreich bei einem waffenhändler frei kaufen kann bedingung innerhalb von sechs wochen muss der verkauf registriert werden dann aber wäre aufgefallen dass emra ii mit einem rechtskräftigen waffenverbot bis 2028 belegt war also handelte er sofort das waffenverbot wurde 2023 nach einer körperverletzung in einer schule erwürgt bei ermittlungen zu dem damals 16 jährigen kam raus der teenager sympathisierte mit dem is hatte propagandamaterial auf dem handy das verfahren wegen beteiligung einer terroristischen vereinigung gegen ihn wurde von der staatsanwaltschaft eingestellt die behörden stuft ihn nicht als gefährde ein lediglich das waffenverbot wurde verhängt doch das hielt emra ii nun ganz offensichtlich nicht davon ab sich eine waffe zu besorgen er hätte das gedacht eine sache ist noch erwähnenswert knapp 15 minuten vor dem anschlag war der junge österreicher mit bosnischen wurzeln einer polizeistreife aufgefallen als er gerade aus seinem renault captur stieg die beamten hatten sogar bemerkt dass etwas nicht stimmte fuhren aber dennoch erstmal weiter der täter das fahrzeug verlassen wurde dann auch schon von einer solostreife gesehen räumte christian huber leiter der abteilung einsatz im polizeipräsidium münchen auf einer pressekonferenz ein dort ist schon eine feststellung erfolgt dass er einen waffen ähnlichen gegenstand gegebenenfalls in der hand hält das war aber nicht verifizierbar deswegen hat die streife dann auch später gewendet wollte dies verifizieren hat den täter aber dann aus den augen verloren zunächst es ist das letzte aber nicht das erste mal dass emra ibrahimovic davon kommt schon 20 21 soll es hinweise auf eine radikalisierung des damals 15 jährigen gegeben haben so stellte der schüler im schießtaktik spiel roblox in richtungen nach anmerkung meinerseits ich habe von mal gegoogelt was roblox ist und das ist sicherlich kein schießtaktik spiel wie die bild hier schreibt das ist eine art kleiner engine mit der man selber spiele oder spiel szenarien entwerfen kann ja um schießtaktik geht es da nicht mal am rande du könntest natürlich ein spiel entwerfen wo auch so ein bisschen geballert wird aber dabei lernst du überhaupt nichts habe was mit irgendeiner ernstzunehmenden taktik zu tun hätte er bastelte sich selbst einen avatar dem er symbole der terroristischen al-nusra front umhängte das fiel den ermittlern aber erst bei einer hausdurchsuchung 20 23 auf als eine mitschüler bedroht und lehrer nach möglichkeiten zum bombenbau gefragt hatte vielleicht war ein tipp deinerseits schatti ja wenn ein denkt rüstemeyer jetzt nicht vermieter schweine erschuten sondern sie die luft sprengen möchte denkst du das ist ein guter tipp aber bei einem lehrer nachzufragen wie man so eine bombe zusammenbaut ich habe das nicht während meiner schulzeit auch gemacht aus anderen gründen deswegen deswegen haben die dich festgehalten als du aus dem vereinlichen königreich ausreißen wolltest das hätte ich immer sagen müssen also in meiner jugend da war ich der oberbombenbauer ich könnte ich mit ihm direkt über die chemikai hinterhalten wollen sich alles hören wahrscheinlich ist das kein so guter plan auf der anderen seite warum auch damals über wikipedia herausgefunden anders kann man immer darüber wikipedia herausfinden wie man bomben baut findet man über wikipedia heraus klar ist ganz einfach also bombe zu bauen hoch explosiven sprengstoff jeder der sag ich mal abitur wissen von chemie hat und genug geduld findet auf wikipedia genug informationen um das letztlich umzusetzen okay gut zu wissen doch die beamten konnten ibrahimovic nichts nachweisen staatsanwältin ricarda eder das verfahren wurde am 23 april 2023 eingestellt danach beobachtete emras vater verhaltensauffälligkeiten bei seinem sohn der plötzlich ungehalten wurde wenn man ihn daheim beim beten störte er der vater er hatte verhältnismäßig wenig soziale kontakte gut das erst mal alles relevante zu dem fall der rest den halte ich nicht für sonderlich relevant und ich glaube dass wir davon auch zum letzten mal gehört haben dazu fehlen einfach ein paar opfer wird also was soll uns jetzt noch großartig gesellschaftlich an diesem fall interessieren das war selten dämlich geplant selten dämlich ausgeführt zum glück ja aber das war's ich habe noch einen saugeilen tweet für euch habt ihr möglicherweise schon bei clowny gesehen ich glaube auch der hat ihn thematisiert kennst du cool nasen bär das ist so ein twitter typ nicht so unangenehm wie ein mario sixtus oder so aber okay also es ist auch schwerer schwierig unangenehm als mario sixtus zu sein es ist gibt es nicht viele deutschland die sich dafür qualifizieren würden da hast du recht cool nasen bär schrieb also er postet ein foto von emra ibrahimovic und schrieb dazu muss dazu sagen da war das ganze noch sehr frisch ja da haben die braunen hashtag kack pratzen aber jetzt ein argumentationsproblem sondern das bild von dem scheinbar blonden bub mit waffe um 1900 rum in der hand auf dem gelände bereits dann schreibt er unter seinen eigenen tweet es handelt sich bei dem attentäter in münchen um einen österreichischen staatsbürger geboren 2006 wohnhaft in österreich damals österreich zwei also wie österreichisch muss dieser bub eigentlich sein wenn der nicht nur geboren ist sondern auch noch lebt daraufhin schreibt katze ach rené du freust dich zu früh der österreicher heißt emra i punkt und ist als islamist bekannt darauf antwortet cool nasen bär aber österreicher er hat uns schatti er hat die rechte mal wieder argumentativ zerfetzt das war eine schöne schau er ist nicht gut gehalten er selber ihr seht das ihr seht das hier und hat er dann wird schon später mal nachgelegt unter seinem eigenen tweet sein name ist emra und anscheinend ist er als islamist polizei bekannt ja alles da vielen dank für den nachtrag der screenshot ist glaube ich von heute das heißt der tweet ist immer noch sichtbar die sollte schämen sich für gar nichts und das war's ich bin mit dem thema durch hast du noch anmerkungen es ist halt immer dasselbe ich muss dir sagen wie gesagt zu anfang als ich nur so am rande weil ich zweimal für jeweils eine minute zu twitter konnte mitbekommen habe weißer bub mit dem gewehr mit bayonet drauf ja okay nee nee auch da fliegen sie auf die schnauze ja ich meine ohne witz oh oh ne ich habe mit taten dieser art nichts zu tun ich will damit nichts zu tun haben ich glaube dass es sicherlich punkte gibt bei dem täter dieser art wo wir derselben meinung sind aber gleichzeitig halte ich das für die dümmstmögliche idee überhaupt du tust das ja nicht im namen meines gottes oder so worüber man sich jetzt streiten könnte ja ich tue das was ich tue weil ich politisch ein bisschen was bewirken möchte und du machst das kaputt dadurch dass du in so einer form handelt setzt als rechtsextremer terrorist ja ja also und trotzdem sind die uns von vorne bis hinten ja wenn das ein deutscher gewesen wäre wir sind ein rei weg davon entfernt die afd verboten zu bekommen also das würden die versuchen haben wir hier ein brei weg der das kompetent durchzieht und sich leute wegmeldet gibt die verboten auch wenn die nichts damit zu tun haben es wird gibt auf jeden fall den versuch das kommt monate und jahre ist mir aus den aus den nachrichten raus meine wohnung wird durchsucht werden deine wohnung wird durchsucht werden auch wenn wir nicht kennen ist es egal was zu passieren ja es ist so alles klar das war's hat die hat spaß gemacht ich dachte ich mir zu deiner anwesenheit da vielen dank euch auch ein und macht's gut und hat wie immer spaß gemacht macht's gut